Da wären wir. Macht dann 6,50 Dollar. Ich hab dummerweise kein Geld. Ach, vergiss es für Freunde von Wendy. I love Milka-Pralinen. Zarte Milka-Herzen mit feiner Nougat-Füllung. I love Milka-Pralinen. Für die, die dir am Herzen liegen. Der allerneuste Genuss kommt jetzt wie gerufen. Tomi, hier kommt der Genuss. Die neue Pfannensahne von Tomi LeSauce. Mit würzigem Fond und einer feinen Weißwein-Note. Tomi, hier kommt der Genuss. Jetzt ganz neu, die Pfannensahne von Tomi LeSauce. Der Startschuss für den C- und A-Winterschlussverkauf. Am Steuer Captain Snooper. Ab in die aufregende Herrenabteilung. Hilfe! Mitten durch die tolle Damenmode. Looping durch die Kinderkollektion. Der Sieger. Die Winterschlussverkauf-Kollektion. Wow, das war lustig. Montag bei C und A. Der Peugeot 106. Einfach riesig, der Kleine. Na du? Hi Tom! Und, bist du fit? Klar, muss nur noch die Kühlbox packen. Wie, kommt dein kleiner Bruder mit? Nee, wieso? Na, die sind doch für Kinder. Wegen der vielen Milch? Na, dafür bist du nie zu fit. Das Besondere an Kinderriegel sind seine fünf Milchkammern. Reichlich gefüllt mit dem besten der Milch. Mh, schmeckt ja erste Sahne. Na, von wegen kleiner Bruder und so. Tja, für so eine extra Portion Milch bin selbst ich nicht so fit. Ja, das finde ich aber auch. Kinderriegel. Der Schokoriegel für die extra Portion Milch. Notdusspinner. Mach hier im Haus nicht immer so Lärm. Mega-Hits. So ein Blödmann. Und so eine coole CD. Mega-Hits 96, die erste. So muss ich eine CD anhören. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Wir müssen die Rohstoffe der Erde für unsere Kinder erhalten. Die Rohstoffe, die die Erde uns gibt, dürfen wir nicht sinnlos vergolden. Auch Verpackungen sind wertvolle Rohstoffe. Mit dem grünen Punkt können wir sie sammeln und verwerten. Darum, sammeln Sie mit. So bleiben die Rohstoffe der Erde für unsere Kinder erhalten. Der grüne Punkt. Setzen Sie ein Zeichen. Es ist fertig. Ich liebe dich. Ich will nicht mehr sehen. Geh zum Dschwunsch. Immer noch bleiben. Neue Hit 96 International von Ariola. Träger. Sofort kaufen. Super? Gut. Sie weiß noch nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Wieso in aller Welt dürfen wir nicht so viele Leute lieben, wie wir wollen? Winona Ryder in Ein amerikanischer Quilt im Kino. Neue Brille? Ja. Designermodell? Genau. Gläser? Klarlux aus dem Hause Zeiss. Ach, dafür werden Sie ja einiges hingelegt haben. Stimmt. Ein Rezept. Bei Vielmann. Der hat nicht einen Pfennig dazu bezahlt. Brille Vielmann. Jetzt bei Burger King Fiesta. Mexikaner. Mit der Whopper. Und der Chili King mit dem gegrillten Fleisch. Flinzlein. Knopfbrücker Salze. Und den Ring. Und die Tickensalze. Als reiner Mechel. Lecker. Burger King. Home of the Whopper. Ich liebe das frische gepflegte Gefühl am Morgen. Und Carefree Slip Einlagen bewahren mir einen ganzen Tag lang dieses morgenfrische gepflegte Gefühl. Denn Carefree bleibt besser in Form und ist angenehm zu tragen. Ich fühle mich morgen frisch gepflegt. Mit Carefree Slip Einlagen. Jetzt schlägt's 13. Die neue Dance Now. Mit den Mega-Hits von Culture Beat, Skilo, Music Instructor und Captain Jack. Dein Sound für 96. Explosive Dance Power. Dance Now 13. Laut, stark, explosiv von Sony Music. Nur die Liebe zählt mit Pflaume. Dieser Name ist Programm. Heute, 19 Uhr, natürlich nur in Sat 1. Wir haben sein 1. Also, da wären wir. Mach dann 6,50 Dollar. Ich hab dummerweise kein Geld. Ach, vergiss es, wir Freunde von Wendy.